Herzlich willkommen auf meinem Video, meine lieben Freunde. Wenn ihr Bock habt, noch so eine Folge zu sehen oder vielleicht mit YouTuber-Namen erraten, abonniert meinen Kanal. Lasst mir ein Like da. Und zwar spielen wir ein kleines Spiel. Meine Frau wird jetzt die Rapper-Namen erraten, die ich ihr dann sage. Mit den echten Namen. Und sie muss dann einfach sagen, wer dann halt der zugehörige Rapper ist. So. Bist du bereit? Ja. Okay, los geht's. Der erste Name lautet Azad Azadpur. Wer ist der richtige Rappername dazu? Azad. Richtig. Wie viele Punkte willst du bekommen? Wie viele soll es geben? Fünf. Fünf Punkte, okay. Der nächste Rappername, den musst du erraten. Ihr könnt ja zu Hause gerne mit erraten. Mehmet Sejitoglu. Entschuldigung, wenn ich das vielleicht falsch ausspreche. Mehmet Sejitoglu. Welcher Rapper ist das? Memmedos? Okay, ich mach's dir vielleicht ein bisschen einfacher. Ich werde dir drei Namen sagen. Und du musst dir sagen, welcher der entsprechend noch sein kann. Ist es A, Kapo? Ist es B, Nimo? Oder es ist C, Azimemo. Ich sag Azimemo. Warum? Einfach so? Wir raten. Ist richtig. Okay. Also Azimemo heißt Mehmet Sejitoglu. Okay. Also ich hab's zuvor auch nicht gewusst. Nächster. Der ist gut. Fabio Versan Kataladi. Fabio Versan Kataladi. Welcher Rapper könnte das sein? Mit zwei, die es sein können. Farid Bang. Kasper. Kennst du Kasper? Ja. Kasper. Kasper. Oder Flair. Ich sag Flair. Das war falsch. Der richtige Rapper wäre Bas Sultan Hengst. Den hast du gar nicht genannt. Doch. Aber du hast gar nicht Bas Sultan Hengst genannt. Ups. Scheiße. Okay. Der nächste Rapper. Bernas Avza. Bernas Avza. Ihr könnt zu Hause gerne mitspielen. Ja. Faizan. Wie Faizan. Das ist kein Rapper. Wie hieß er? A. Nimo. B. Kapo. Oder C. Berobas. Wie hieß er nochmal? Bernas Avza. Das zweite. Was war das zweite? Oh. Kapo. Kapo. Das ist falsch. Berobas war richtig. Berobas heißt Bernas Avza. Wenn ihr es nicht wusstet, jetzt wisst ihr es. Der nächste Rapper-Name. Oh. Sehr interessant. Mal gucken, ob du den herrätst. John Lorenz Moser. John Lorenz Moser. A. Maxwell. B. Bones MC. Oder C. Jesus. Ich sag Bones MC. Warum weißt du das? Ich hab's gerade nicht. Oh. Ist richtig. Bones MC heißt John Lorenz Moser. Aha. Lorenza. Wie viele war das jetzt? Wir einigen uns um fünf. Ja, aber noch drei richtig. Glaub ich. Wir einigen uns um fünf. Also noch zwei Stück. Dann ist das Video leider schon vorbei. Dann machen wir mal einen richtig schweren. Wladislav Balovatsky. Kapital Bra. Wie kommst du drauf? Ich weiß es. Okay, ist richtig. Wladislav Balovatsky ist Kapital Bra. Der nächste. Benjamin Griffey. Oh mein Gott, weiß ich auch noch. Wer ist der Rappername hinter dem Benjamin Griffey? Ist es A. Flair. Ist es B. Kapo. Oder ist es C. Kasper. Ich sag Kasper. Warum redest du dir uns das richtig? Wann sind da zu anderen? Das heißt irgendwie realistisch. Benjamin Griffey heißt Kasper. Der Rapper. Yay! Ich hab fast alles so ein bisschen richtig gehabt. Okay, jetzt hast du noch den letzten. Mal gucken, ob du den errätst. Ich nehm mal einen, der ein bisschen schwieriger ist. Waren es jetzt fünf? Ja, ich sag auf jeden Fall, glaube ich, fünf schon richtig. Wir machen mal noch einen. Einfach so. Sicherheitshalber. Okay, der nächste Rappername lautet Enza Albayrak. Nemo. Ist es A. Nemo. Ist es B. Mero. Oder ist es C. Enno. Okay, Enno. Yes. Da geht rein. Ey, du hast es bis jetzt alles richtig erratet. Ja, was soll ich machen? Wie hast du es gemacht? Keine Ahnung. Enno heißt mit dem richtigen Namen Enza Albayrak. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du bist eigentlich ein ziemlich guter Hip-Hop-Kenner. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, meine lieben Freunde. Das war ein kleines Video mit meiner Frau. No, 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 no. Ich ne vom Bauch. Das werden wir nicht einfügen. Ich danke euch fürs Einschalten. Wenn ihr Bock habt, noch so eine Folge zu sehen oder vielleicht mit YouTuber-Namen erraten, abonniert meinen Kanal, lasst mir ein Like da, bla, bla, bla. Und bis dann. Ciao. Ciao.